Nach einer kurzen Besprechung und ausgerüstet mit dem richtigen Werkzeug, gingen die kleinen Naturschützer des Rudi-Rotbein-Clubs, der Kindergruppe des NABU, auf der Obstwiese in Sandfeld ans Werk. Unter anderem sollten die Vogelnistkästen im Wald hinter der Obstwiese gereinigt werden. Einige Türen der Kästen hatten sich verhakt, hier halfen die Jungen mit dem Hammer nach. Anschließend wurden die Kästen mit einer Bürste gereinigt. Auch abgebrochene Äste fanden neue Verwendung. Die Mädchen und Jungen sammelten das Holz ein und brachten es zur Totholzhecke, die verschiedenen Lebewesen einen Unterschlupf bietet. Auch in den modrigen Baumstämmen haben verschiedene Tierchen ein neues Zuhause gefunden und die Kinder lernten, wie wichtig auch das Totholz im Wald ist. Beim Blick hinter die abgefallene Baumrinde kamen Wanzen und Kellerassen zum Vorschein.